Hallo, Baloo, oder sollte ich er sagen, Skulls kleiner Bruder? Jetzt ergibt das auch mit den Info-Videos so viel Sinn. Skull macht dir ein Angebot, ein Freilos, dann ein Freilos, dafür musst du Info-Videos einsprechen, das scheint so. Und auch Staffel 3 reacten, obwohl das doch ziemlich wack ist, denn da waren deine auch dabei bei diesen Battles. Letztes Jahr Finale und du triffst da keinen Takt. Skull hat das bewertet, sagt, das Bette wäre knapp, hä? Es wirkt nicht mal so, als würdet ihr euch gut verstehen, denn eure Mutter zwingt nur Skull etwas mit dir zu unternehmen. Jetzt part es gar uns beide, weil er weiß, ich werd hier safe siegen. Ich lass dich erst auf und dann vom Turnier fliegen. Wie kannst du damit leben? Ey, du suchst dir immer Cheats, aber schmierst du weiter Leiter, hast du Brötchen nicht verdient? Wie in diesem Spiel, du bist in deiner Phase gefangen, du brauchst Leiter, um mal weiter als am Anfang zu gelangen. Dass das hier jetzt ein Grund ist, dass du ausscheidest, ist echt schade. Wie willst du das kontern? Willst du'n Ausweis in die Cam halten? Zur Quali-Phase vom Mutterschiff ausgesetzt, jetzt bringt es seinen Haufen Dreck in Turnieren, wo es die Menschheit vor allem durch Technik, Vergewaltigungen, Staunen versetzt. Ich hab vor dem Dich echt brutal Angst, ich meine, überlegt euch mal, es könnte uns auslöschen. Fängt es mit seinen totgetürten Gesangspuren an, Echsenmenschen sind dagegen nichts. Es hat sich so sehr angepasst, dass man fast glauben könnte, dass es tatsächlich menschlich ist, aber nein, es hat nur gegriffen, was uns ausmacht. Und es kompliziert bis ins letzte Detail, also müssen wir dafür sorgen, dass es hier ausscheidet, um zu gewährleisten, dass unsere Spezies noch bleibt. Zumindest für die erste Zeit. Lass mich fortführen, Waloo, es ist dein Name, hat mich angepisst. Die tollkühne Crew von dir ist Lemmy, der den Takt nicht trifft. Du Schwanzgesicht, du weißt doch selber, du wirst hier verlieren. Ich kann wie Pro inspirieren, und du kannst konspirieren. Mit Frauen, die ich kenne, hab sich Sex, ich nenn die Echsen. Du kennst keine Frauen, die sind dir fremd, du nenn sie Echsen. Die Lines, die du hier bildest, sind so wir wie bei den Cam Trails, und ich verbinde Bilder mit den Lines in meinen Texten. Bis zum nächsten Mal.